Hallo liebe Leute und willkommen zu einer kleinen Filmkritik hier auf meinem Kanal. Es ist ja recht ruhig geworden, aber ab und zu möchte ich da nochmal was sagen. Und heute möchte ich was sagen zu Predator Prey, der seit heute auf Disney Plus läuft. Gleich vorweg, liebe Leute, das hier wird keine Review an sich, sondern meine Meinung zu dem Film und vor allem mit Spoilern. Ja, und das heißt, wer den Film noch nicht gesehen hat und wer den Film gucken möchte, sollte jetzt ausmachen und hört einfach danach nochmal weiter zu und schreibt mir dann mal in die Kommentare rein, wie ihr den Film fandet. Okay, also so sorry werde ich nichts sagen. Ich werde jetzt erstmal meinen Gesamteindruck vom Film wiedergeben und der war recht positiv. Wer mich kennt und diesen Kanal hier schon seit Jahren verfolgt, der weiß, dass Predator Upgrade und Predators meine absoluten Hassfilme sind. Ich finde sie unglaublich schrecklich. Ich finde nichts Gutes an diesen Scheißfilmen. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, und sie sind eine völlige Verschwendung von Geld und Zeit und sollten am besten von niemandem angesehen werden. Bei Predator Prey oder nur Prey, wie der Film ja beworben wird, ist das ein bisschen anders. Der Film ist gar nicht schlecht. Am Anfang war ich wirklich, ich bin mit absolut negativen Gefühlen an diesen Film gegangen. muss ich auch ganz ehrlich zugeben, wie gesagt, nach den letzten zwei Filmen auch nicht anders zu erwarten, in meinen Augen. Vor allem, wenn man auch noch Fan zum Beispiel vom Alien-Franchise ist und dann einfach auch da noch die letzten Filme mit reinnimmt, die es so gab, dann bleibt da nicht viel Gutes der letzten zehn Jahre, sage ich mal, hängen. Und wurde dann aber recht positiv überrascht. Also der Film war bildgewaltig, finde ich. Es war ein ungewöhnliches Setting, was mir auch Spaß gemacht hat an der ganzen Sache. Und alles in allem war der Film wirklich gut. Es lässt sich gut schauen. Und ich finde, es wurde auch nicht langweilig. Dann, kurzer Side-Note meinerseits, ist das ein Kinofilm? Nein. Also ich bin ganz froh, dass ich ihn nicht im Kino gucken musste. Beziehungsweise, dass er halt einfach gar nicht erst ins Kino gekommen ist. Es ist ein richtig guter Abendfilm, den man sich abends geben kann, wenn man Bock drauf hat. Meine Empfehlung wäre hier Predator 1, 2 und Alien vs. Predator 2. Kann man gut machen. Den Rest kann man eigentlich auch vergessen. Also maximal noch Alien vs. Predator 1. Das wäre eine gute Müllung mit dem neuen Film hier dazu. Den kann man in meinem Leben auch davor gucken. Dann passt es irgendwie zeitlich auch. Also das ist schon wirklich ein schöner Film geworden. Es gibt aber eine Sache, die ich unglaublich scheiße finde an dem Film. Und es hat einfach mit dem Film, mit den Schauspielern und mit dem Setting eigentlich gar nichts zu tun. Es ist das Design vom Predator. Mit Maske ist noch alles cool. Also, solange das Vieh die Maske auf hat, kann ich über einiges hinwegsehen. Es spielt ja knapp 300 Jahre vor dem ersten Predator. Das heißt, könnte man jetzt auch behaupten, vielleicht ist da noch ein bisschen Entwicklung. Wobei 300 Jahre, da gibt es keine körperliche Entwicklung. Aber, ne, das kann man vielleicht alles noch sehen. Er sieht halt, sobald man einen Close-Up beziehungsweise auch einen Shot hat von dem Predator, er sieht aus wie ein dünner, schlachsiger Typ, der zwar mächtig wirkt, aber eher so, so ein Sick-Jack-Basketball-Typ. Die Waffen, der Hammer, kann man mitleben, alles cool, 300 Jahre vor dem, ja, alles schick, alles cool. Aber das Design des Predators und von seinem Kopf. Hulu, Disney, erklärt mir doch mal, warum man, warum, wirklich, fucking, warum muss man alles, 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 alles anders und neu machen, als das bewährte Modell. Warum ändert man das Design des Predators? Ich verstehe es nicht. Was zum Fuck soll das hier sein? Ich blende euch jetzt hier zwei Fotos ein, die ich gemacht habe. Wie gesagt, großer Spoiler, ja, schaut den Film vorher, ja, aber was zum Fuck soll das sein? Jetzt mal ganz im Ernst. Also, da fallen mir keine schlechten Witze zu ein. Das ist, das ist wirklich unglaublich beschissen. Lässt er die Maske auf? Hey, cool, kann ich mit leben, ja, kann ich drüber hinwegsehen, weil der Film an sich gepasst hat und viel, viel, viel besser als Predators und Predator Upgrade war, ja. Aber in dem Augenblick, wo das Vieh die Maske abnimmt, ist es, also, weiß ich nicht, weiß ich nicht. und die zweite Sache ist, die Geräusche des Predators. Auch hier, Hulu, Disney, warum, warum müssen die Töne, die der Predator von sich gibt, ob es das Brüllen ist, diese Klickgeräusche und so weiter, warum muss das geändert werden? Warum muss das anders sein? Und zwar so drastisch anders, ja. Ähm, wie gesagt, das ist der größte Abfuck, den ich an diesem Film habe. aber er lässt sich super gucken. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein und, äh, lasst uns gerne drüber reden. Ich würde echt gerne eure Meinung hören. Ich, wie gesagt, verstehe nicht, warum man dieses altbewährte Stan Winston Design des Predators so drastisch ändern muss. Ähm, erschließt sich mir einfach absolut gar nicht. Liebe Leute, das war's und ich sag tschüss, bis dann. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.